Wer ist der Vater von diesem Kind? Das ist Tamara und sie ist schwach. Sie weiß aber nicht von wem. Sie hatte nämlich was mit drei verschiedenen Männern. Mit Max in der Dusche, mit Thomas im Whirlpool und mit Florian im Bett. Das Baby kommt. Es ist ein Junge und er heißt 1, 2, 3. Tim, wir lassen Tim direkt altern, aber ratet jetzt in den Kommentaren mit. Wer glaubt ihr ist der Vater? Und der Vater von Tim ist Thomas, aber...